Schöne Haut ist extrem wichtig in meinem Job, ob es für eine Gala ist, Red Carpet oder ein Kampagnen-Shooting. Wenn die Haut sich schön und frisch anfühlt und jung, also viel trinken, die richtigen Produkte benutzen, das ist extrem wichtig. Mein wichtigstes Blütegeheimnis als Frau ist, sich gut zu fühlen. Ich meditiere morgens und ich glaube, wenn man sich von innen schön fühlt, dann sieht man auch schön aus. Untertitelung des ZDF, 2020